QueerAid kommt endlich nach Deutschland. Gaubert! Das ist mehr als eine Makeover-Show. Oh mein Gott! Wir kommen zu dir nach Hause und helfen dir dabei, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Super gemacht! Moin, Fab! Moin! Heute geht's für euch zu Marleen. Sie ist 18 Jahre alt. So wie ich! Ich hatte das Gefühl, dass ich einiges verpasst habe. Ich habe das Gefühl, ich bin so gefangen und komme nicht raus. Der Regenbogen, die bringt Farbe! Wo komme ich raus? Bei dir! Wie ist es denn mit deinen Haaren? Ich habe die letztens mit der Küchenschere geschnitten. Ich glaube, hier ist einiges zu tun. Kein Plan von Mode? Zu mir fünf. Fünf graue Pullover. Hier bin ich. Es geht einfach nur darum, dass du dich wohlfühlst und dass du deinem Körper auch Gutes tust. Ich höre Haare. Marleens Haare schrien. Ich möchte, dass du weißt, dass andere Leute dich super lieb haben und das darfst du nicht vergessen. Kann ich das vorbezahlen, was ich selbst als schwule Türkin hatte? Danke, dass ihr alle gekommen seid. Hey, Queen! Die Vergangenheit formt uns. Ja, macht einen ganz anderen Eindruck. Aber sie gibt uns nicht vor, wo es lang geht. Wow! Das entscheiden wir immer noch selbst. Ich freue mich voll. Dich ja auch lange nicht mehr. Es ist wirklich wie ein ganz neuer Mensch. Und das verdanke ich euch. Du bist toll, so wie du bist. Das ist toll. Und ich rauf. Du bist toll, wie Du bist. Ich nehme dich. Und wenn du bist, dass du in den und wie. Ich rauf. Die Vergangenheit. Ich rauf. Ich rauf. Ich habe mich nicht vor.